Der Gang ins Tobel Es ist öfter geschehen, daß Geister von Verstorbenen, die Tobelhocker waren, irgendwo gesehen wurden, wo der Weg ins Lavener-Tobel geht. Es heißt, daß neun Generationen lang die Nachkommen der Tobelhocker am Fluche tragen, heute wäre er also bestimmt schon wirkungslos. Ein Triestner aus einer solchen Familie war nach Amerika ausgewandert. Eines Tages sah ihn ein Triestnerberger im Blümler, einer Flur, die oberhalb des Tobels liegt, und konnte sich nicht erklären, wie der Amerikaner dort hinaufkomme. Bald kam aus Amerika die Nachricht, der Mann sei gestorben. Ein Bauer ging vom Guggerboden, wo er gefüttert hatte, gegen das Dorf, und da begegnete ihm im Wald ein Bekannter, aber er antwortete nicht auf den Gruß und schritt lautlos weiter. Im Dorf erfuhr der Bauer, daß der andere gestorben war. So war er also hinausgegangen zum Tobel. Eine Schanerin kam von einem Besucher aus Balsas zurück. Dort, wo es zum Lavener-Tobel abzweigt, sah sie eine Gestalt dem Tobel zuschreiten, und sie erkannte eine Verwandte, die in Amerika lebte. Daheim erzählte sie von der Begegnung, aber niemand glaubte ihr. Aus Amerika aber kam die Nachricht vom Tode der Tante. Ein Triestner glaubte nicht an den Fluch und ließ sich die Liebe zu einem Mädchen aus einer solchen Familie nicht nehmen. In der Nacht aber begegnete ihm eine Frauengestalt auf dem Wege zum Tobel-Eingang. Als er am Morgen hörte, sie sei gestorben, wagte er seine Stuberti-Gänge nicht mehr. Ein österreichischer Finanzer, der in Triesenberg wohnte, schritt von einem Dienstgang aus der Lavener heimzu. Da begegnete ihm eine Nachbarin, die aber auf Gruß und Ansprache keine Antwort gab. Im Dorfe kündete zu seiner Überraschung das Totenglöcklein das Sterben dieser Frau, und er erzählte sein Erlebnis. Seine Aussage machte aber böses Blut, und er wurde aus dem Lande versetzt. Ein Wilderer kam einst in der Nacht aus Lavena. Ob Magriel begegnete ihm eine Frau, die mit fliegenden Haaren aufwärts rannte. Als der Mann den Triesen ankam, läutete bald das Totenglöcklein. Es galt der Frau, die er gesehen hatte.